Seit nunmehr sechs Jahren stehen wir unseren Mandanten zur Verfügung. Sie finden uns in Jessen, im Wohn- und Geschäftshaus Straße der Jugend 1. Wir verfügen über eine moderne Computerausstattung und Zugriff auf verschiedene Datenbanksysteme. Mit besonderem Interesse widmen wir uns Fragen rund um das Arbeits- und Baurecht. Daneben betreuen wir verkehrsrechtliche Mandate. Wir pflegen den Kontakt zu anderen spezialisierten Beratern und holen in komplizierten Fällen deren Rat ein bzw. binden sie in die Bearbeitung des Falles ein. Besuchen Sie auch unser Patentier Henry Erdmann im Tierpark Wittenberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017